2023 war, was KI anging, ein unfassbares Jahr. Und 2024 wird nicht anders. Wir schauen uns heute die aktuellen Trends an, an denen gearbeitet wird und die vermutlich dieses Jahr noch einen Release finden. Ja, manches ist in greifbarer Nähe, während anderes vielleicht ein bisschen weiter weg ist oder sich weiter weg nur anfühlt. Aber um es mal ein bisschen zu umreißen, die Möglichkeiten, die sich gerade auftun, sind brutal. Das erste, ziemlich bald schon anstehende Ereignis ist der Release von Googles Gemini, zumindest der spätere Teil. Angekündigt ist das Ganze für Januar. Weiß man leider aber noch nicht so ganz, ob alles wirklich im Januar kommt oder halt nicht. Denn Gemini wird aus mehreren Teilen bestehen. Gemini Pro, das man jetzt schon in den USA nutzen kann, ist sowas wie JetGPT 3.5, also nichts allzu krasses. Viel interessanter werden Gemini Nano und Ultra für mich. Nano wird auf Smartphones lokal ausgeführt. Das Pixel 8 Pro soll das erste Smartphone werden, das das alles kann. Ähnlich zu Microsofts Co-Pilot für Windows soll damit dann auch alles sehr viel einfacher sein für den Consumer. Gemini Ultra hingegen könnte, so ähnlich wie JetGPT 4, hinter eine Paywall gesteckt werden. Man munkelt, dass das Google One Abo dadurch gepusht werden soll, das ich erst vor kurzem gecancelt habe. Naja. Aber warum ist das alles ein Trend? Gemini ist multimodal. Noch ein ganzes Stück mehr als GPT 4 multimodal ist. Ich habe dazu erst vor kurzem ein Video gemacht, daher hier die Kurzform. Gemini soll auch Audio, Bilder und sogar Videos direkt als Eingabe verarbeiten können. Nicht nur Text. Dadurch kann es Nuancen sehr viel besser verstehen und verarbeiten. Außerdem soll es direkt Bilder erstellen können, was einen direkteren Zugriff auf das gesamte Modell erlaubt. Wir können also ein Bild mit Textbeschreibung und sogar Musik eingeben und daraus dann ein neues Bild erstellen. Wie gut das ist, das schauen wir uns dann natürlich an, wenn wir Zugriff drauf haben. Für euch allerdings ganz besonders lustig, auch Code gilt als extra Eingabedimension. Also quasi wie ein Sehnerv, nur für Code. Und das ist der Trend. Multimodale Modelle. Ich vermute stark, dass neue Modelle wie beispielsweise ein GPT 5 vermehrt auf mehreren Sinnen arbeiten. Alles kann eine Eingabedimension sein. Man ist ja nicht auf die menschlichen Sinne beschränkt. Und demnach kann natürlich auch sehr vieles davon eine Ausgabedimension sein. Kombiniert man das, könnte ich mir vorstellen, dass Text2X vielleicht gar nicht mehr lange das Beste sein wird, was wir haben. Bevor wir aber zum nächsten Punkt kommen, ich denke, wir erkennen alle, wie eindrucksvoll auch unsere Arbeit sich ändert und ändern wird. Ich habe mittlerweile auf einem meiner vier Bildschirme, dem ganz linken, fast immer einen ChatGPT Co-Pilot offen zum Brainstormen oder zum Gedankensortieren. Oder aber auch sehr häufig und immer häufiger zum Optimieren von Code. Und deshalb darf ich euch auch am 1. Februar wieder auf die Job.io einladen. GetIn.it veranstaltet die ja regelmäßig und ich darf diese auch wieder eröffnen mit einem Vortrag über grüne Algorithmen. Das ist ein Thema, was wir noch gar nicht hier besprochen haben. Dabei geht es im Endeffekt darum, Algorithmen auch darauf zu optimieren, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Was für mobile Geräte natürlich immer wichtiger wird. Einfach nur durch guten Code kann der Stromverbrauch krass sinken. Die Pixelwatch-User kennen das vielleicht. Ihr findet mich dort um 14 Uhr als ersten Vortrag. Alles online und natürlich kostenlos. Der Link ist in der Beschreibung. Danach gibt es aber natürlich auch noch sehr viele andere spannende Talks und auch wie üblich einen CV-Check, wo ihr euren Lebenslauf durchgucken lassen könnt. Also schaut definitiv vorbei. Ich freue mich auf euch und die Kommentare und die Diskussionen darauf. Was man bei all den spannenden kommerziellen Modellen aber nicht verkennen darf, sind die Open-Source-Modelle. Ja, natürlich sind Google, OpenAI und Entropic viel mehr im Gespräch und viel mehr in den News als die offenen Modelle. Aber dafür holen die sehr, sehr schnell auf. Modelle speziell nur für Code müssen sich nicht unbedingt demselben Level an Alignment unterziehen, die GPT-4 und Core bekommen, damit die Ausgaben nicht bösartig sind. Das Problem beim Alignment, jedes Mal, wenn sozusagen eine Ausgabe verhindert wird, die potenziell bösartig ist, muss das gesamte Modell in jedem einzelnen Bereich verschnitten werden und wird dadurch schlechter. Bei Gemini und GPT-4 führt das dazu, dass die Modelle eigentlich deutlich schlechter abschneiden, als sie sein könnten. Open-Source-Modelle hingegen haben dieses Problem natürlich nicht. Ich möchte hier speziell einmal Lama, GPT-Neo und GPT-J als Beispiele nennen, aber es gibt auch eine neue Variante von Apple. Open-Source, ja, richtig gehört. Allerdings haben die dann natürlich andere Probleme, nämlich, dass sie nicht allein sind. Und jeder Depp zu Hause alles mit der KI machen kann, was er möchte, auf seinem eigenen Rechner. Und so sind natürlich schon Jamba-Nacktscanner entstanden, die ziemlich realistisch aussehen und für Erpressung genutzt werden. Bei Text ist das Ganze aber auch nicht unbedingt unproblematisch. Ich erinnere an der Stelle mal an das Video zu den Cyber-Security-Trends, wo ich speziell auf Phishing oder auf Erpressung hingewiesen habe. Verhindern lässt sich das aber leider kaum bis gar nicht, denn diese KI-Systeme sind ja nicht am Internet und jeder kann sie einfach bei sich auf der eigenen Grafikkarte laufen lassen. Das ist wie beim Küchenmesser, man kann es auch hier wieder gut oder schlecht benutzen. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Mit Stable Diffusion haben wir zudem mittlerweile einen der stärksten Bildgeneratoren, einfach völlig Open Source und gratis zur Verfügung für unsere eigene Home-Hardware. Die Ergebnisse sind krass beeindruckend und teils kaum bis gar nicht von echten Bildern zu unterscheiden. Bilderstellung ist mittlerweile an einem wirklich, wirklich starken Punkt. Vor drei Jahren hingegen waren wir noch sehr weit davon entfernt. Das waren die ersten Bilder. Schaut hier am besten mal ganz kurz rein. Ich meine, komm schon, schaut euch dieses Gesicht an. Mittlerweile ist das hier der Stand der Technik. Drei Jahre liegen dazwischen. Der Wunsch, sich seine eigene Waifu zu erstellen, ist fast durchgespielt. Jetzt muss sie nur noch reden. Ah, Moment mal, warte mal, da war was. Es ist ein Parallel-Decoder für eine effizientere Audio-Generation. So kann es auch um Dialogs zu generieren. Oh, interessant. Ja, ja, like, this one was generated by Soundstorm. Warte, what? All das ist hauptsächlich letztes Jahr passiert. Richtig. Was kommt also als nächstes? Naja, nach Bild kommt 3D, Video und Design. Ich beispielsweise bin weggeslidet von PowerPoint zu Canva. Eigenes Video an der Stelle kann gerne kommen, bei Interesse von euch natürlich. Keine Werbung an der Stelle. Dort baut man sich einzelne Elemente teils mit KI und kombiniert das Ganze dann, wie bei PowerPoint im Endeffekt, mit einer besseren Integration. Das wäre für Webdesign natürlich ein wahnsinniger Vorteil, denn so könnte man wirklich unterteilen. Weblayout, also was wie angeordnet ist und dann eben die Inhalte. Ich denke, das wird dieses Jahr noch deutlich weitergehen. Außerdem wurden die ersten generativen KI-Ansätze für Video und 3D schon vorgestellt. Pika Labs und Runway ML als wichtigste Beispiele erstellen zum Beispiel aus Bildern oder sogar aus Text kleinere animierte Bilder. 3D, FYI, Luma oder Spline erstellen aus Text 3D-Objekte. Das kann man jetzt kombinieren, wie man möchte, aber ich denke für Spieleentwickler ist das ein Game Changer. Ähnlich wie es für Architekten oder auch die gesamte Unterhaltungsbranche bahnbrechend ist. Plötzlich einfach Zugriff auf alles für lau. Diese Technologien sind aber natürlich noch nicht ausgereift oder irgendwo in der Richtung von perfekt, aber sie könnten Indie Studios schon jetzt die Entwicklung von komplexeren Spielen deutlich einfacher machen, wenn beispielsweise die Unreal Engine noch mehr in ihren generativen KI-Ansatz reinstopft. Und ich bin mir fast sicher, dass Epic, also die Macher der Unreal Engine, genau diesen Ansatz verfolgen. Und wie schon gesagt, das ist der Stand jetzt. Wenn wir uns die Bilder angucken, wo wir vor drei Jahren waren und wo wir jetzt sind, seht ihr, was vielleicht in drei Jahren mit Video und 3D möglich ist. Und wie schon festgestellt, Sprache ist mittlerweile auch auf einem Level, das wirklich gut und beeindruckend ist. Klar noch nicht perfekt, aber gut. Sprache ist aber im Endeffekt gesprochener Text. Allerdings funktioniert bei dieser Sprache genau die Tonmelodie noch am schlechtesten, zumindest in meiner Erfahrung. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Melodie und Ton. Ein Grund, warum ich so gespannt auf Gemini Ultra bin, ist, dass Audio-Eingaben, nur die Eingaben allerdings, direkt verarbeitet werden. Es wird nicht davor in den Text übersetzt und dann wird der verarbeitet. Nein, die Tonspur direkt. Und dadurch bleibt natürlich die Emotion komplett erhalten und man kann das Ganze eigentlich auch für Musik benutzen. YouTube Music hat letztes Jahr eine Kooperation mit Universal angekündigt, um Grundlagen und Prinzipien für KI-Musik zu erarbeiten. Kein Witz. Und sucht man bei YouTube nach AI-Music, findet man Dutzende Songs. Selbstverständlich steckt da noch immer sehr viel menschliche Arbeit dahinter. Mixen, Mastern, Beat erstellen, Melodie. Man braucht schon lange keine echten Instrumente mehr, das hat mir spätestens Dubstep im Studium gezeigt. Aber es wird immer mehr generiert und immer automatischer zusammengefügt. Und Audio-Craft von Meta war da letztes Jahr doch eine ganz schön beeindruckende Arbeit. Ich gebe denen höchstens noch ein paar Jahre, bis wir per Sprache oder Bild uns Musik erstellen können. Oder bis in unserem Schnittprogramm automatisch der optimale Soundtrack für das Video nicht gefunden, sondern generiert wird. Wo wir aber gerade bei 3D und Multimodalität sind, wer muss 3D-Räume wohl am besten verstehen können? Richtig, Roboter. 3D hört sich zwar immer recht einfach an, weil wir es natürlich verstehen, es ist aber eigentlich unfassbar komplex. Aber auch hier sehen wir wahnsinnig spannende Entwicklungen, denen ich mindestens noch ein extra Video widmen werde. Wahrscheinlich mehr. Am bekanntesten ist hier vermutlich die Firma Boston Dynamics. Es scheint einen gewissen Trend hin zu humanoiden Robotern in der Forschung zu gehen, wenn man sich gerade so anguckt, was für Startups gegründet werden. Aber schaut euch zum Beispiel Ball E von Samsung an. Der ist nicht humanoid und wurde offiziell angekündigt. Und nein, den Tesla-Bot lasse ich jetzt hier an der Stelle einfach mal raus. Allerdings war sowohl die finanzielle Unterstützung als auch die Gründung von Startups speziell im Bereich Robotik laut Crunchbase sogar im Jahr 2021 eigentlich sogar höher als letztes Jahr. Aber der Schein könnte hier, finde ich zumindest, trügen. Denn die KI-Startups sind gerade viel beliebter bei Investoren. Für manche ist das sogar echt eine Voraussetzung, um Funding oder Förderung überhaupt zu bekommen. KI ist allerdings sehr selten ein Selbstzweck. Es kommt viel mehr darauf an, was man mit KI macht. Nicht, dass man KI nutzt. Und hier versteckt sich dann doch häufiger Robotik im Hintergrund. Denn den Raum zu erkennen, die Objekte darin zu identifizieren, das ist alles andere als leicht und wird sowieso klassischerweise mit KI gemacht. Allerdings natürlich eher selten mit generativer KI, sondern eher mit Bilderkennung. Aber zwei Kameras, also da, wo die Augen sind. Und dann kann man schon einen 3D-Raum erzeugen. So macht das im Endeffekt unser Gehirn auch. Und dann soll man darin eben auch noch navigieren. Auch hier muss KI zum Einsatz kommen. Apropos Navigieren. Kurzer Shoutout auch ans autonome Fahren, das seit Jahren in Arbeit ist und immer mehr Fortschritte erlangt. Der Standard für autonomes Fahren ist offiziell fertig und definiert 5 Level, oder eigentlich 6 Level, wenn man bei 0 anfängt, an autonomen Fahren. Tesla, dem man irgendwie intuitiv das Ganze immer attributiert, hat allerdings nur Level 2. Das heißt, der Fahrer muss immer noch jederzeit eingreifen können. Während Mercedes letztes Jahr in den USA eine Level 3 Zulassung erhalten hat. Das heißt, man muss wirklich nicht mehr auf den Verkehr achten und man darf wirklich nebenbei Tetris spielen. Muss dann aber eingreifen, wenn das Auto Bescheid sagt und hat dafür aber ein paar Sekunden Zeit. Robotik, autonomes Fahren und noch so viele mehr. Ich könnte hier wirklich ewig weitermachen. Programmieren und auch Cyber Security, wozu ich erst letzte Woche ein Video erstellt habe. Es gibt so viele Bereiche und in fast allen werden wir vermutlich einen gewissen Einfluss erkennen. In manchen Bereichen entwickelt sich alles langsamer, wie etwa Exoskelette für Arbeiter auf dem Bau, weil leider Menschen einfach billiger sind. Andere Bereiche hingegen entwickeln sich deutlich schneller. Ich werde natürlich weiter darüber berichten und versuchen, das so gut ich kann, immer in Zusammenhang zu setzen. Ich plane auch einen größeren Vergleich der jeweiligen Bereiche und Tools, zum Beispiel zum Coden, damit ihr das einordnen könnt. Aber was ich hier auf jeden Fall noch erwähnen möchte, sind gesetzliche Regulierung. Der EU AI Act war wirklich ein Drahtseilakt. Man liest sehr viel darüber, die EU reguliert, während die USA innovative Sachen macht. Tatsächlich war er aber hauptsächlich relevant für die Hochrisiko-KI-Systeme. Das sind zum Beispiel Systeme von Banken, die eure Kreditwürdigkeit mit KI prüfen und dann plötzlich rassistische Tendenzen in sich entwickeln oder Überwachungs-KIs und Predictive Policing. Aber ich verstehe auch, dass es wahnsinnig schwer ist, hier die Balance zwischen Innovation und Schutz zu bauen. Denn KI bewegt sich einfach so unfassbar schnell, dass nicht mal ich, der sich quasi hauptberuflich damit auseinandersetzt, alles mitbekommt. An der Stelle ein großes Dank an alle, die mir Artikel, Links, Projekte, was auch immer schicken und das mit mir teilen, das hilft mir natürlich dabei enorm. Aber es gibt natürlich auch durchaus mehr. Ja, auch der IEEE, also die, die definieren, wie Binärzahlen in eurem Rechner dargestellt werden, befasst sich mit Ethik-Leitlinien. Und selbst Google hat mit einer Taskforce eine Roboter-Konstitution angefangen zu erstellen. Also so schnell wie an vielen Stellen momentan geschraubt wird und so weit wie viele Tools im letzten Jahr gekommen sind, ich persönlich vermute, dass 2024 die Geschwindigkeit sogar ein kleines bisschen zurückgeht. Denn es werden immer mehr Richtlinien, immer mehr Leitfäden und auch immer mehr Bedenken geäußert. Und wenn mehr Menschen skeptisch als optimistisch sind, ist es für Firmen und Staaten viel interessanter, langsamer zu sein, aber dafür eher alle mitzunehmen. Aber das heißt nicht, dass im Hintergrund nicht sehr, sehr viel passiert. Ich denke, was wir deutlich sehen können, ist die gewaltige Wand an Errungenschaften, Forschung und an neuen Technologien, die da gerade auf uns zukommen und schon zugekommen sind. ChatGPT war hier wie ein Paukenschlag, da ging es halt erst richtig los. Die meisten neuen Technologien kommen ja gerade erst, beziehungsweise sind noch in Entwicklung. Und eine Einbindung in bestehende Tools ist für viele oftmals tausendmal besser zu benutzen als ein isolierter Prototyp. Ich freue mich darauf, wenn man wirklich dann mal was damit erreichen kann.